So, willkommen zurück hier auf dem Kanal von der Cresinius und wir spielen auf Wielefeld. Wielefeld! Nur um sicher zu gehen, dass hier auch bei der Synchronisation jetzt alles funktionieren wird, machen wir hier ein bisschen Solution-Like. 10, 9, 8, 7, 6, 5. So, stell dich mal bitte vor. Ja, hallo, ich bin der Cresinius. Ja, reicht auch. Heute wieder um Negato und ja, die ganzen Eckdaten erst einmal. Und Rahmenbedingungen dieses Gameplays, das werden wir jetzt... Warum steht der schwarz... Nein! 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 Ich wollte... Nein, oh Gott! Alter, hat er mich da kocken. Ich wollte... Lass die. Mann! Könnt ihr den... Hörer! Gibt's doch gar nicht. Warte! Ah, die Miesgeburt. Mein Gott, ey! Darfst ja keine Sekunde stehen bleiben, ey. Nein! Bin blind! Bin nicht gut aus auf die Ecke sprinten, bin ich doch noch kurz... Nein! Beim Sprinten kurz nicht. Nein! Ja! Nein! Ich bin so behältig! Ich bin so behältig! Ja, nein! Mit denen ist das ein Sch expose! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Alter, der A-C-A-R-A-S-A-S-A-S-A-S-A-F-E-N-O-G-L-E-E-N-S-A-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N-S-A-N! hier wird dieser party genauer sich meine pfölzer starte kommt dann um die ecke der tötet man eine kundin nächste male hinterher also nahe hinlegen blockiert man jetzt fangen sie wieder an zu türen die missgestalten es ist immer dasselbe weißt du wenn du nicht mehr weiß ich mich ja der eine du kannst wenigstens hier läuft so wenigstens rum was ich mich schießen mein gott ist noch nicht mal zu der predator komme ich schon durch trefft damit keinen wir noch wenn er die ganze in den häusern sind auch lucky nicht Nein! Ja! Sicher! Der kommt von hinten, Mann! Hab ich mich erschrocken! Weck mich! Alter, der Assassin! Geh! Der riecht einfach färmig, wenn man kommt! Nein, das ist doch Missgeburt, ey! Na, ich hab nur einen abgeschossen. Ja, eben hast du keinen abgeschossen. Das war schon mal eine Verbesserung. Das ist schon mal wieder. Aber wenigstens einer, der was den Bisschen genommen hat. Ja, Mann! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Ernsthaft! Mann! Ich hab meinen Killer auch noch geklaut! Das ist schon wieder feindliche Aufklärungsbronner. Das finde ich nicht okay. Wer viel... Wer vielet denn hier schon wieder die Gegner? Alle. Was ist da los? Mit der Fieders. Na, hehehehe! Ah, da wurde gemäßt. Ja, komm, Altersprämer. Ja, irgendwo hockt einer wieder auf dem Dach. Ja, klar, Alter! Woher wissen wir das einfach? Du hässliches Kind, hey! Du bist so eine Missgeburt, ne? Hast du mich gesehen? Hast du da hinten rumgeschimmelt wie... wie der letzte Mongo! Süd! Ah! 9 zu 15! 9 zu 15! Was war denn da los mit euch, ey? Bla, bla, bla! 6 zu 7! Boah, 27-10! Alter, was ging bei dir ab, Krasino? Nur am rushen, oder was? Naja, ich hab einen vor dem Predator... Wenn ich verkackte, das fand ich scheiße. War ne gute Runde, ja, aber... Da hab ich die komplette falsche Taktik ausgesucht. Was hast du denn gespielt? Ja, pfff... Keine Ahnung, äh... Wie, keine Ahnung? Was weiß ich? Ich hab... M16 A4, ich hab... M16 A4, aber bei der Map, gerade so wie die gespielt haben... Ja, hier war viel zu schnell. Also, die sind viel zu schnell gewesen für mich. Der Robert hat sich einfach gedacht, ich würde schießen. Flitzen, Schlitzen wäre besser gewesen. Ja, ist korrekt. So, aber jetzt... Jetzt ist nix mit Flitzen, Schlitzen, ihr Wichsers. Hier ist für Wechselstimmen. Ich hab gehört, der Robert möchte Wasteland spielen. Nein, bitte nicht. Ich glaub niemand möchte Wasteland spielen. Das möchte einfach niemand. Terminal will ich nicht spielen. Terminal ist doch okay. Terminal ist voll okay. Wie kann man Wasteland spielen wollen? Das geht doch gar nicht. Da muss man einfach Geist spielen. Im Moment hatte ich meine... äh... meine erste Drohne. Meine erste Drohne. Meine erste Drohne war... Genau, da spiel ich Schlitzen und Flitzen. Ja, mach mal. Was nehmen wir denn da? Äh... Einiges. Einiges. Es fehlt einiges. Spiel mal UMP, aber die benutzen wir gar nicht, weil wir jetzt Schlitzen ja nur. Willst du wirklich nur Schlitzen? Ja, außer ich krieg ne Abschussserie, dann nutze ich natürlich die Abschussserie. Aber... Ich guck mal wie es sich entwickelt. Wenn ihr natürlich nur hinten in den Häuser rumgammeln, dann wird es natürlich schwierig. Aber... Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich geh auch auf UMP und durch. Ja, ich hab auch die UMP diesmal. Scheiß auf Farmers. Brauch keine Sache. Nachmacher. Achso, lass mich durch hier. Ich hab Kommando. Ich hab Marathon. Lass mich durch. Ich hab Kommando. Auf doch, Forrest. Spitzani! Lass mich durch. Soll ich jetzt mal hier durchkommen? Bevor man abgeschossen wird. Ohohohoho nein! Insta gesnackt. Sag, hier. Erste Kehl. Warum bin ich so schwer? Irgendwo einer? Ja, ist klar. Ey, wenn der nicht gemessert war, ne? Dann war er auch nicht. Wenn der nicht gemessert war, dann war er auch nicht. Oh. Das ist nicht so die Messerecke hier. Oh. Hier ist so richtig Halligalli. Also da sind sie alle drin. Hier wird aber gut gesnipert, ne? Wo sind die alle? Ich bin hier auf dem Boden rum. Hallo? Ja, klar, Alter. Ja, genau. Wer klaut mir den aus? What? Wo? Ey, sag mal. Haben die hier alle den Arsch gerade auf? Willst du auch Polen oder was geht da ab, ey? Meine Fresse. Läuft der bisher? Weil, vorsichtig ausgedrückt, äh, not so good. Aber den hol ich mir. Scheiße. Oha. Dreimal auf. Oh nein. Ja, genau. Du Mistgeburt. Bisher explodiert. Nicht. Kann das sein, dass da oben einer am rumschneit? Comeback. Ey, wie willst du mich denn da durchschießen, bitteschön? Ja. Die 18 Akimbo oder was? Ich finde einfach keine Gegner. Äh. Wie mach ich denn, hä? Boah, ja, genau. Ey, was ist das denn? Einmal, einmal. Was ist denn hier los? Ah, Trone, offen sein. Ey, einmal, der schießt zwei Schüsse oder was? Und ich bin direkt weg. So, kenn ich das. Der hat einen Feuerwaffe da, der... Jetzt hab ich schon Schmerzen mit. Wie erniedrigend ist das denn, bitte? Oh, oh. So hinter mir? Nein! Alter, einmal. Ach, sind die schon wieder alle im Haus? Hey, das ist doch lächerlich. Lächerlich. Also von so Bobs abgeschaffen zu werden auf diese Art, ey. Der Pol, das warf ich, du Fotze. Mann, das kann doch nicht sein. Ey, dauernd glaube ich an irgendwem vorbei, wer mich natürlich genau dann sehen muss, ey. Ja, genau. What? Mann! Was passiert? Ich wollte einen Messern, wer hat von hinten gekillt. Leck. Die Kasper. Leckste Droge. Leckste Droge. Guuuut, dass die Aufklärungsdrohne da war. Ja, nice. Oh oh, Predator. Nein. Yes. Überlebt. Nein, ich bin's. Einen vor der Predator, ich stehe einen vor der Predator. Jetzt muss einer kommen, um die Ecke. Und den Messer. Ich zack. Und da ist die Predator. Schnell. Verpissen. So. Dings lösen. Was? Alter! Und dann diesen Doppelkill für den Harry nehmen. Den Harry haben wir mal schön hier hinten hin. Und so geht's dann weiter, ne? Alter! Und machen den Dreifachabschuss. Und so langsam werden wir wach. So, dann gibt es hier. Dann gibt es hier den Messerkill und dich nehmen wir auch noch mit. So geht das hier. Und jetzt sind wir im Rage-Modus hier. Ding, 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 ding. Mein Gott, ey. Na komm, den können wir mal so wegnehmen. Hier müssen wir mal nachladen, ist gleich egal. Du bist AFK. Du Spacken. Du bist hier auch irgendwo nur. Drei Meter Feldweg hier. Was ist hier los? Oh yes. Und dann haben wir uns mal eben wieder nach vorne gebumst hier. Ding, 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 ding. Zehn zu sechs. Ging ja noch. Ich komm gar nicht klar gerade, ey. Bei mir läuft's langsam. Jetzt bist du ein bisschen, äh. Das schläft noch. Ich komm gar nicht klar. Prisigno ist der Schläfer. Jawohl, ich hab neun Titel. Deutschstoß. Ich hab einfach nur ne 8. Ne Billiardkugel 8. Ich hab einfach nur... Nichts. Ich hab die AA 12. Scheißchen, erfräß. Das war doch mal nice, oder? Also, ich dachte, zum... Mitte des Game, der Runde, das wird ja richtig scheiße. Oder ist ja richtig scheiße. Aber dann haben wir doch mal richtig Gas gegeben, ey. Wer weiß. So, der Wolf. Terminal, Alter. Oh. Yes. Warum kann ich noch nimmer für'n Dexel stimmen hier? Weil die Map schon gewechselt wurde. Derail wurde vorher wegge... Ja, besten Dank, ihr... Buzzerlach. Das nimmst du dir weg, Robert, ja? Terminal. Mag ich ja. Voll gut. Mhm. Also, ich find die Map auch, okay. Und ich will keine Claymore mehr haben. Ich will ne Semtex haben. Ja. Na gut, für den Deathmatch ist ne Claymore jetzt... Ja, natürlich geht's auch, aber eher versuchen und zerstören oder objektbasierte Spiele natürlich von Vorteil als jetzt hier. Außer man schimmelt in der Ecke. Ja, natürlich. Robert, vielleicht spielst du einfach ein bisschen defensiver. Nein, kann ich nicht. Ich muss immer drauf. Ne, ich meinte ja den Robert. Achso. Nehmen wir den mal jetzt. Nehmen wir mal die Tar 21. Ich hab' jetzt mal die Vector genommen. Oh, empfehlen. Nehmen wir noch. Einfach mal auf kurze Distanz. Hallo, keine Gefangener haben die gesagt. Aha, Claymore hier. Facken wir mal. Alter! Direkt erster Killmesser! Fick dich! Mittlerkrank. Mittlerkrank. Ja, sehr gut, eh. Jetzt stirb... Ja, natürlich. Achttausendmal... Oh, da kommt man einfach mal die Treppen runter. Puh, Headshot. Doppelkill. Mach' ich gerade. Oh. Da snipet einer. Ja, wie hat... What the fuck? Ich war doch schon lang weg. Mein Gott, ne, ey. Kinder, was muss er denn sein? Ne. Oh, super. Nein. Alter. Ja, klar. Messer damit. Ähm... Memo an mich selbst. Oh, ne. Ja, Alter. Wie snipet der denn, Alter? Äh... Sie sind da oben. Ich glaub' mit L1 und dann R1. Das ist ganz spannend. Aha. Uh, Comeback. Nein. Alter. Wie geht das? Schon mal wehen, dass ich Sniper hasse? Nein, aber jetzt. Mein Gott, ey. Aufklärungsdrohne online. Aufklärungsdrohne online. Ich will grad'n bisschen auf und so. Hm. Hm. Alter, da kommen einfach vier Leute nacheinander aus dem Haus aus. Sind die eh irgendwie irgendwie... Ich sterbe, ich wette ich sterbe. Ich wette ich sterbe, bevor ich hier meine Predator bekomme. Ey, das ist mal so knapp. Dreimal, dreimal krieg ich natürlich nicht den Kill. Ey, das ist so behindert manchmal. Ich weiß schon gar nicht mehr, aus welcher Richtung ich weggesnipert werde. Ja, wenn ich spawnen, mach'n Schritt irgendwo raus. Alter, ey. Ich hasse es. Mann, ey. Da guckst du nach links, kommt der von rechts. So wild ist, dass die da die ganze Zeit auf der einen und derselben Stelle da am Gammeln sind. Vorsicht, Sharken. Ey, die da penner! Er legt dich doch mal hin. Ja, klar ey. Fick dich doch. Ey, das gibt's doch nicht, dass sie da ohne Scheiß, die so gut ist und nach kalt. Wir wünschen einfach, dass er 8 bekommt und daran verreckt. Ja, ja, ja. Na ja, gut, aber das muss jetzt nicht sein hier. Er ist auch, Alter. Mal ein Spaßgelenk. Ja, genau deswegen. Matyrium! Ja! Ja! Ich treff den! Das ist einfach so ein Spaßgelenk. Der Turf ist wohl, gell. Ja! Ich treff den! Oh, wo kommen die ganzen Leute her? Ja! Ja! 8 zu 15! 8 zu 15! 8 zu 15! Nur am Reinfeeden, ey! 10 zu 15! 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 Vielen Dank.